Michael Christoph Hannow, Pommern 22, September 1773 in Danzig war Meteorologe, Historiker, Mark, Phil, Professor, der Mathematik und ab 1717 Rektor des Akademischen Gymnasium Danzig, Leben. Hannow studierte in Danzig und Leipzig und war Hauslehrer in Dresden, Leipzig und Danzig, bevor er 1727 eine Stelle am Akademischen Gymnasium Danzig annahm. Er schrieb zahlreiche Artikel und Bücher, welche sich in der Stadtbibliothek Danzig befanden. Seit 1739 veröffentlichte er Danziger Nachrichten und ein Wochenmagazin mit Wettervorhersage. Der Ausdruck Biologie geht auf ihn zurück. 1745 und 1767 veröffentlichte er Juskulmensei, das vollständige kulmische Recht sowie eine Sammlung preußischer bis dahin nicht veröffentlichter Urkunden. Mit Georg Daniels Eiler, Gottfried Lenglich und David Braun gehörte er zu den wichtigsten regionalen Historikern des 18. Jahrhunderts. Schriften, Philosophie Naturalis Sive Physicae Dogmaticae, Geologia, Biologia, Phytologia Generalis e Dendrologiae 1766 846 846 848 947 949